Musik Von hier, von meinem Motorrad bis zu meinem Arbeitsplatz da hinten, da brauche ich 5 Minuten. Oder wenn ich mich verlaufe, auch mal länger. Musik Mein Lieblingsessen in der Kantine ist Steak mit Rucola, Kirschtomaten und Parmesan. Super lecker. Ich gehe dreimal die Woche trainieren, im Fitnesscenter von Monmédié. Wenn du in Gütersloh feiern gehen willst, Schützenfest, kann ich nur empfehlen, sensationell. Gute Musik, geile Leute. Diese Rolle, auf der ich hier sitze, besteht aus 28 Kilometern Papier. Und an meiner Maschine haben wir die innerhalb von 20 Minuten weggedruckt. Musik 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 Vielen Dank.